Hallo, jetzt kommt es in einer neuen Folge mit Dima und Sünke. Habt ihr Bock auf Pynan? Äh, bloß Pynan. So, ja. Zu spät, ja. Machen wir. Da ist der Bot-Trupp. Wir haben alle zur selben Zeit die Fallschirme geöffnet, in die selbe Richtung, ey. Oh Mann. Ja. Hey, die wollen alle wohl rechts hin, haben wir links auf der Seite, links vom Fluss. Und das sind die Bots. Dann sind hier wieder ganz schön viele Bots in der Runde, wa? Haben wir uns doch gewünscht. Nee, Bots wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir nur keine Cheater in der Runde. Mal die mal fetzt schon. Wenn immer vernünftige... Äh, wenn ich jetzt mal einen Rucksack hätte, ne? Wieder was schnüberschneid. Gleiches Problem wie immer. Ob schon Dreier-Rucksack. Ja, nützt mir jetzt auch nicht viel. Ja, ich habe auch keinen ausgewechselt. Glaub ich. Bruder! Alter! Stand hier einfach direkt an der Tür dran. Hier ist noch ein Rucksack. Jetzt habe ich schon mal einen Rucksack. Na gut. Bin erstmal zufrieden damit. Was? Komm, jetzt mal zwei. Hier ist einer dran. Der bewegt sich nicht. Ich sehe es einmal. Hier ist er nicht. Nee, hier ist er nicht. Doch. Weiter gehen. Immer noch nicht. Hier ist er hundertprozentig drin. Drei. Hier ist er drin. Rückt. Du bist im Kreis gelaufen. Das ist hier einmal im Tunnel. Ah, oh. Also du hast recht gehabt. Da war er auch. Er hat jetzt gerade die Treppe hochgerannt. Ja, da war er doch nicht oben. Da war er irgendwie hinter oder so. Oh, oh, oh. Und dann an der Mauer da. Habe ihn gut getroffen. Der ist richtig low. Hey, das gibt es doch nicht. Habe ihn. Digga, bohrst du in dem Wasser und verwundst du. Nicht bloß nicht. Pass auf. Nicht in den Klumpen. Sag mal, kannst du bitte jetzt. So. Nicht, dass ich dich aus der Sein schlage. Ich habe mir so viel Muni, da erspare ich lieber. Oh, nice. Soll ich mal, ich komme an? Ich glaube, das ist ein echtes Gegenteil. Hast du so gebraucht, noch hier? Nö, habe ich. Okay. Ja, wir hatten hier gerade schon einen Spieler. Ich habe die Vektor. Vertikaler und taktischer. Pretty much kein Ruckstoß. Da schießt ihr auf mich vom Hügel? Nein. Oh, scheiße. Hier ist einer low. Oh, scheiße. Oh, meine Fresse. Ich sehe nicht. Ah, bin tot. Ja, alles gut. Lass mich sterben. Mein Gott, ey. Ja, scheiße. Dima, wo bist du, an wem bist du gestorben? An echten Spielern. Einer habe ich gedowned und dann kam direkt dahinter der nächste. Es sind aber auch nur zwei hinter der Brücke. Direkt? Ja. Wir sehen. Ah, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn, wenn du da bist? Den haben wir nicht zu sein. Da haben wir nicht zu sein. Oh, mein Gott. Was ist denn los? dann gehen wir noch mal die nächste oder okay wenn du es sagst ja ich sage wir gehen da rein army base drop the army base gott in der steuerung wo automatisches rennen ist gibt es das wirklich oder ist das eher so ein mythos das gab es früher muss ich das irgendwo finden auch da hier wird es wahrscheinlich sehr wichtig dass wir ein auto von mir ist das das gleichzeichen wo ist das denn ach dort bei null aber das ist ja auch mit shift oder nicht muss der shift holen das war die automatische scheiße ja hier sind auch ein paar fallschirme auch ein paar vor uns weiter die gebäude es ist direkt hier rechts gelandet beim aussichtsturm keine waffen jetzt habe ich eine waffe anscheinend ein bot und plötzlich schritte gehört ich finde keine waffen hier ist noch eine hier ist noch eine hier ist noch aus hier aus draußen welche ich hasse die akme mit der mp oder so links an der mauer ok dann war noch einer ich habe noch eine nirg verbreit der beste schön für mich ja ich habe auch eine hier du hattest den ne ja ist der instant oder der war auch kaum habe ich aber gefinisht ohne ace besser als das mg aber ich habe noch ein mg jetzt nicht doch eine uzi oder nee nee oder hier habe ich nicht die money mit und dann finde ich nicht weg doch warte die ganze zeit auf euch damit ich nicht hier ins große gebäude reingehe und sterbe oder da oben das war ja lustig ich glaube ich werde auf schott kann bleiben da ist natürlich zu das nächste haus ja ja jetzt noch eine dreierweste habe ich schon ich weiß aber die man noch nicht hm ich hab's markiert ne ja alter ich bin nicht man ist übel schnell wenn man sich noch in so ein schmerzbill oder so reinpfeift wo ist shit merke ich gerade mega ich hab ihn vierfach markiert freundlich ähm wenn ihr einen joke findet sagt bescheid ja ich hab einen kann ich ja komm hoch und ich hab ihn noch ich habe noch actually ganz gut ich hab einen japan ich hab noch einen Hier ist einer. Braucht jemand Medikits? Ich hab fünf Stück. Nee, erstmal nicht. Ich brauch noch einen Patronengurt für hinten. Oder wie heißt der nochmal? Doch, Patronengurt. Ich hab einen. Nice. Probier ich den jetzt auch auf meinen Shotgun. Ich glaub, ich werd mit Shotgun weiterspielen. Okay. Bin ich wenigstens für nah, ziemlich gut. Hab's halt eine Karabine, also eine vernünftige Waffe. Was hast du für eine Shotgun genommen? Äh, die, ähm, S686. Okay, die S6. Die doppelläufige. Ja. Ich find ich eigentlich ziemlich gut. Ich hab auch noch C4. So, jetzt brauchen wir aber dringend ein Auto. Machen wir jetzt. Schon wieder ein Coupé. Mein Gott. Das ist die ganzen Coupés immer. Naja, also wenn wir zwei Coupés haben, ne, dann geht das ja auch. Und wieso? Wir passen da alle rein. Ach so. Aber du kannst halt hinten nicht draus schießen. Da kommst du? Mhm. Hallo. 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 Tja, querfett 1 ist ganz schön beschissen hier. Dann müssen wir wohl drum rum fahren, ne? So. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Alles klar. Alles klar. Jo nimm die kleinste Ecke einfach. Ja, bin ein guter Fahrer. Tja, der Vector wäre ganz cool, wenn ich anfitteln würde. Ich habe bisher noch nichts gekriegt. Meine Ace. Da hat er gerade einen Rucksack verbaut worden. Auf der Straße. Was habe ich denn eigentlich für einen Rucksack? Habe ich immer noch nie? Ne, Level 2. Geht doch eigentlich. Die erste Zone macht doch noch nicht so viel Schaden. Der Tank ist noch zu ein Viertel gefüllt. Was will man mehr? Ich bin hier aber noch nie lang gefahren. Diese oberrechte Ecke ist so leer, dass man da nicht ist. Ja, aber da ist es auch übelst scheiße. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil du kaum irgendwo hinkommst. Ja. Was willst du denn da machen, wenn er da oben ist? Chip Yard und so. Ist doch kacke. Auto suchen und zur Zone fahren. Ja. Oh, ich habe ein Rennen. Nice. So, jetzt mal gleich in der Zone. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. 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 Ja, das ist ein Auto vor uns. Willst du dich anschießen? Ja. Let's go. Ja. Ja. Ja, da hat keiner gekascht. mein gott jetzt läuft der fass hier mein gott irgendwie war die ganze zeit vor mir hinterher komm rein jawoll rechts ist da irgendwo noch ein auto das ist noch eins das war eben weird jetzt soll ich c4 rausschmeißen wenn du es dran bappst ich das links ja könntest du aber kannst du so vergessen aber oh mein gott ich fahre noch ein bisschen weiter hinten in den wald rein dass du dich hin kannst oh ja gleich auch nicht ok raus hier ist ein stein hier schnell hier aber ich habe einen überfahren sehe ich nicht das genau hinter dem hügel glaube ich der nervt uns nicht weiter ja ok irgendwo von da hinten am hügel habe ihn einmal markiert ja da habe ich noch einmal markiert da vorne der zweit ausgehalten der hat gut gefressen da oben am hügel hinter uns ist noch ein bot so kannst du dich um die mal kümmern weil da könnte uns ärger machen hast du ein medie die mal ja ich habe noch drei du hast das wäre close bei uns ich sehe mich wieder so kannst du ihn hinter uns weg immer ja mörser oh shit ich laufe ja er trifft nicht er hat vor internehm gezählt hab ihn nochmal getroffen bei rot jetzt auch gelb auch weiter links noch wieder dort hab ihn headshotet bei rot nochmal einmal getroffen mega low die mal falls du m24 willst der typ hier links der hat noch einen gehabt ich muss jetzt mal gucken dass der vorne nicht ja die hatte ich nämlich gerade bald angeschaffen war super low ja da will er wieder der rennt nach links rüber entdeckung wo war denn nach hier gehen wir ein bisschen in die richtung gehen wir mal hinter den hügel sind wir vierfach übrig für jemanden die fahren weg die hauen rein mein auto ja die verbissen sich da hinten sind sie naja die sind weg die sind weg okay war hier irgendwo auf der straße noch ein auto ne 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 da müssen wir rennen jetzt sind die sich einfach ey aber gut die haben verloren einen mann haben die verloren ja dann konnten sie aufheben wenn ihr ein waffenreparaturset habt dann sagt bescheid ein waffenreparaturset was sagt er äh ein rüstungreparaturset ah tschüss aus der stadt auf mich das sind aber ganz ganz weit weg irgendwo da oh von links im wald irgendwo 245 also irgendwo da ist nicht links oh man doch das ist links ja wir kommen ganz weit hin oh man ey ja ich weiß immer noch nicht wo ich auch nicht aber ich dort wo ich markiert hatte wir müssen laufen oh dann lass laufen da muss man den vorbeiren die sind andersweitig beschäftigt das heißt ich würde jetzt einfach laufen hinten können wir hin jetzt hier da porter doktor eugene porter ja die zone tut weh naja es wird unangenehm aber ich hoffe mir das ist gut wenn wir immer hinter der blauen zone ist ich finde da kann man immer die leute immer so schlecht sehen diese kommen da hinten aus dem gebäude dort oder jetzt aber nicht hinschießen ja ich dachte ich probiere einen schuss ich werde jetzt nicht ewig rumstehen und irgendwas machen ist das ein auto ne ihr nehmt das auto ne ja ja doch dann die sind da hinten auch gut am fighten con mad ein bisschen ja los ok mein gott alter was ist denn dieses dreckige autos ich bin so low ne ihr habt genügend medikits ne ja noch zwei ab sechs o gott ist doch überrollt worden ich hab dir aufgepasst tja sah aber wild aus von dir ein zweiter vorname positionstechnisch sieht das ist sehr gut aus wirst du ja weil wir alle optionen noch drinnen haben wir haben hier viele hindernisse die wir können abstecken ich glaube halt nicht dass wir hier weiter stehen können dass wir weiter laufen wenn man die zone so kennt geht es wahrscheinlich wieder in die stadt hinein ohne ist nicht auf unserer seite du hast ein rüstungs reparatur dinge brauche ich habe ich gesagt so auch eins Ganz hinten ist einer mit Gilly, glaube ich. Ist das ein Gilly? Doch, da hinten. Ja, da ist einer. Ist ja gerade angehalten, ne? Genau. Die ganze Zeit rennt er nach hinten mit so langsamem Speed und wenn ich schieße, steht er oder was? Ja, ich geh in die Stadt hier rein. In die Stadt rein. Ich glaube, wir müssen noch einen weiter... Die nächste Zone ist hier gut. Dann bleiben wir hier. Der Gilly-Dude ist da hinten auf dem Stein. Der geht die ganze Zeit so langsam in eine Richtung, ne? Mein Gott. Jetzt hast du eine Tür auf. Nur damit du Bescheid wüsst. Ja. Ja, jetzt ist er gerade eben netter gegangen. Ja, ist ja völlig fein. Also es gibt ja noch genügend andere Gegner, ne? Ja. Die Frage ist bloß nur, wo sind die? Da rennt einer auf dem Feld. Wollte ich ignorieren. Der Gilly-Dude ist da hinten. Der ist jetzt genau hier an dem Stein dran. Geh mal ein Gebäude weiter, wenn das okay ist. Dann kann ich auch ein bisschen mehr sehen. Ja. Oh, hier ist die Tür auf, Leute. Was? 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 Alles klar, hier ist es genauso scheiße. Was? Was? da holen wir noch welche in der Stadt ja ganz close sind welche von rechts aber da hinten kennt auch welche da die würde ich gerne wegmachen wollen ja siehst du auf mich? Benzer? ich war das? ich war das? sehr schön ok dann jetzt rechts gucken da war close hier in den Sniper mit Charlie glaube der da der ist nur ausgenockt der abwosch einer Welle auf dem Feld ja ob die hier mit nach rechts ist die close warte ok komm ich lieber von oben her rangehen hast du den gedownt oder ist der da immer noch? da sind jetzt zwei Gegner beim blauen Maki rum der ist hier close ich glaube dort in der Halle nicht rennen nicht rennen ist er das rauch das rauch ja da sind zwei hab ich gesehen sind zwei bei der roten Markierung hier ist jemand close bei mir links 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 super close irgendwie hinter der Wand oder so es pushen weg jetzt zu uns dort wo ich markiert habe ja es kommt zwei Seiten ich hab keine Ahnung ist sie noch weit hinten das ist egal die sind direkt nebeneinander die sind direkt ein paar Meter vor uns gewesen ok Zone müssen wir raus und wir stürmen oh shit ja mein gott ey muss mich heilen sonst was ist der verarmt boah alter ein paar habe ich noch einen noch mitgenommen von den rechts da aber links war irgendwie keiner oder die machst du da wegen gesehen da ist jemand auf uns zugespringt na gut vielen Dank fürs Zuschauen wir gucken uns nochmal gegen Kuss die Statistiken an und die war 422 Schaden aber null Kills das das ist wirklich traurig oh man ey scheiße das sieht man gar nicht ne Moment ich muss hier hin so jetzt so ja dann wirst du schon bis zum nächsten Mal tschüss tschüss